Hi Babs, ich bin's! Mach bitte auf, ich muss mit dir reden. Ich weiß, ich bin drunter. Sind wir noch heiß auf mich? Komm, mach auf bitte. Ich möchte dir gern was sagen. Okay, also, es tut mir leid Babs, da jetzt hab ich's gesagt. Es ist mir wurscht, was da in Wien war oder ob da was war im letzten halben Jahr. Weil, was du gemacht hast, ja... Das ist das Abschalkammerl. Aha.